Komm her. Mensch du denkst du mal hin. Nein, Stried, komm her. Oh, ich bin voll hoch, um die Sofa. Um die Sofa. Oh, Hachi, bleib doch stehen. Mit dem Autokamern voll backen. Komm her. Oh, oh, ich hab' ich gesehen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cops and Runners mit dem Nephi aus der Names League. Mit dem Gurubai, Kapuze, Grants, Night-Hate-Crap, Dalun, Hochschi. Amo. Hallo. Ich hab Hände. Wer ist mein Kollege? Ich bin Police. Gurubai. Haben wir nur zwei diesmal wieder? Ja, ich glaube, weil wir nur ein paar weniger sind. Hier kann man ja auch ein mieses Gefängnis platzieren. Ach Nancy. Ich glaube zwei reichen bei der Map, oder? Ja, das ist ja... Aua. Aua. Nein. Hier, rettet mich doch. Wo ist denn der Knast? Nein. Ich hab das gesehen, Fralein. Ah, schon? Aua. Duruba, ich hab ja schon ein paar in wilden Haufen. Ich bin, ich seh einen hier hinten noch. Nein, nimmst mich nicht. Chrissin? Horche und Schluck LP. Haben Mrs. und Monika Lewinsky bitte einmal ins Oval Office kommen? Sie haben da was zu erledigen unter dem Tisch. Horche, du musst nicht so weinen. Ich geb Lichtzeichen für unsere Retter. Warte, Moment. Wir sind wieviel Leute? Eins, zwei, zehn. Ich blende sie, ich blende sie. Wir müssen das Benz-Signal der Decke angehalten. Ich geh mal suchen nach. Ja, einer fehlt. Ich glaub Krabs fehlt, oder? Nö, ich bin drin. Grants, der Kämpfer? Krabs! Ja, ich hänge fest. Der Grants will abhauen, der Krabs hat eine Ecke! Hör durch die Decke ab! Ich komm zurück! Ich hau ab, ich fliege jetzt weg! Ne, man hängt an der Decke. Sobald man die Decke bübelt, hängt man immer fest. Ne, du wurdest reingeschubst, weil sich einer unter dich gesetzt hat. Wo ist er denn? Du bist kapuze. Du kämpfst wirklich, oder? Ich weiß nicht, wo das Dingens ist. Irgendjemand steckt... Goroba, bleib du mal im Knast! Goroba, bleib du mal im Knast! Ich bin gerade gestorben, ich muss einmal. Ja, genau läuft. Wunderschön! Du steckst mit der Schuze oder der Muska! Wieso kann man kapuze's Ding nicht überhängen? Ist das angenehm da oben da oben? Weil das halt das Wechsel ist. Goroba, bleib du mal, komm ran hier! Ihr Andrer Richtung, Goroba, bleib du mal! Ja, warte! Hier lang! AAAAAING! Ich bin da! Wer hängt da oben? Du bist aber nicht unten, oder? Ich finde mich hier gerade gar nicht zurech! Ich mach die Chaps da oben! Bin gerade bei der Toilette! Ah! Musst du einstellen, den Kater kommen? Ah! Was musst du machen? Einstellen musst du das in den Garys Mod-Config, da musst du ein Bild einstellen. Wir machen ohne Keller. Da wollte er den Helden schwingen. Es gibt einen Keller, der ist riesig. Mach schnell in jail, ich hab Shigo, ich hab Shigo. Definiere Keller. Sind wir gerade im Keller da? Unterirdisch. Nein. Ja, das ist gut. Mach Shigo voll den Kühlstuhl. Wer quietscht denn da? Nein. Ich wurde gefangen schon. Danke, Renz. Renz glaubt mir das nicht. Wer ist denn mein Kumpel hier? Das bin ich. Ich bin zu fett, zu fett. Auf einmal ist der Atom. Können wir mal hier durchschieben? Schieb mich. Schieb mich. Schieb den Wal. Scheiße, ey. Geht den. Toll Kapuze. Armin. Kapuze hat den Shigo drin. Nein. Na Kapuze. Nein. Wo ist der Jail? Wo ist der Jail? Wo ist der Jail? Wo ist der Jail? Ja, ich kann mir sagen. Granz. Ich hab noch. Ich hab noch Waffe. Wer bin ich von denen? Wer bin ich? Wer fehlt denn Krabs? Ich hab eine Crowbar-Grenz. Ja, ich glaube nicht. Wir machen der Zeit mal SOS-Signal, okay? Krabs, wo bist du denn? Versteckt. Hier ist raus, Granz. Aber ich mach die ganze Zeit Quach. Also man kann mich hören. Ich demolier gerade das Auto vom Chef. Spring mal, Shigo. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Haut seinen Kopf in ihren Schritt rein. Ich glaub's ja hier. Was machst du denn da? Ja, Entschuldigung. Ich wollte nicht da unten hin. Ich stand einfach mal so da. Wollen wir den Camp bei Shigo unter den Rock gucken? Oh nein! Hast du ihn? What the fuck? Nee, aber er muss irgendwo bei den Autos sein. Die müssen hier irgendwo sein. Grenz! Da ist ein Geheimgang! Wuuuuh! Wir hauen ab, Grenz! Da ist die Grenz. Ich hab auch gemacht. Ruh aus, ey. Ich bin ganz ruhig und denk, wir müssen hier. Wo kommt Goro denn hier? Und renn, 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 renn! Ich komm von der anderen Seite da. Willst du? Okay, dann such ich ihn jetzt. Ich hab gar nicht glaubt. Er muss irgendwo bei irgendwelchen Autos sein. Ja, ich weiß, wo er ist. Das ist immer an der gleichen Stelle der Stingel. Na, Krabs, was ist los hier? Ja, shit. Wo warst du denn? Hallo? Ich war draußen, da war so ein Bulli erst. Und dann bin ich die ganze Zeit rumgewandt, ohne irgendjemanden zu sehen. Oh, nicht schlecht. Die Map ist böse hier. Oh, ich bin der, ich bin ein Cop. Nefi! Hallo! Schnell, ich brauch den Knast hier für mich. Nein, nein! Wartet mit dem Knast noch! Wartet mit dem Knast noch! Nein, der Knast ist noch! Ich bin schon drin. Wo wurden sie eingetütet? Ich hab ein bisschen Ferienkass gemacht. Nein! Das ist schwer. Bleibst du hier, Horchi? Ja, auch in mir aus. Darf mich zu schlagen, Horchi! Hallo, was machen sie da in dem Geheimgang? Jetzt hast recht! Hallo! 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 Das war ja wirklich klug! Mist! Nein! Da kommt noch einer! Shigo ist da! Shigo will die Leute retten! Da ist sie! Vorsicht! Neben dir! Hinter dir! Überall! Das kannst du nicht! Rette uns, Shigo! Wie sieht's aus hier bei dir, Horchi? Alles gut? Oh nein! Noch ja, aber Shigo war ja irgendwo gewesen. Hast du sie schon? Ne, Dalu hab ich aber! Nur noch Shigo? Ich befrage euch gleich, wenn Horchi wegkommt. Da ist sie! Komm schon, Shigo! Da ist sie! Oh nein! Oh, ihn mag ich wieder! In mir! Wir haben einen, wir haben einen Kopf! Wir haben einen Kopf, oder? Ne, hatten! Ich bin raus, ich komm wieder! Einer ist noch bei Entkommen! Ich bin nicht Entkommen, ich bin ein Warden, bitte! Nicht mehr, du hast deinen Knast hingestellt! Du bist jetzt nix weiter als... Da ist er! Da ist Nineshade! Nein! Nineshade! Nineshade! Da fehlt bestimmt noch Krabs, ich guck mal draußen! Ich bin der beste Warden des Spiels einfach! Oh, Krabs fehlt noch! Krabs ist nicht da, ey! Wenn der hier durchschritt alle befreit, dann rass ich aber aus! Ah, ist Krabs! Er sitzt hier die ganze Zeit drinnen im Knast! Ja! Wie cool das wär! Guck mal, der Weltstudio die ganze Zeit mit mir vorbei! Nein, er kommt, er kommt! Horschi! Das ist schlecht! Ach du Sack, ey! Ich bin Jade, ich bin Jade! Ah, okay! Go, 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 go! Guck, ob ich hier... Los, 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 los! Ja, da haben wir sie! Nice one! Nichts wird los! Tada! Das ist immer doof, wenn du Leute befreist und die laufen dann los und laufen direkt in deinen Laufweg! Ja, wir müssen irgendwo campen können! Wir sollten irgendwie mal Wege für die! Wer ist da worden? Wer ist da worden? Ich bin worden! Ja, dann mach schnell, mach schnell, mach schnell! Ah! Schnell weg hier! Hallo! Oh, komm, komm! Noch kein Knast, ey! Passier das doch mal! Noch kein Knast! Mich kriegst du nicht irgendwie! Jetzt aber jetzt, nochmal! Ah! Ich bin drin! Oh, da haben sie wieder den Low Level Knast aufgekaucht! Oh, stand einer direkt im Weg, ey! Sauber! Hallo! Hier, hallo! Hallo! Ja, hast mich getroffen. Aus irgendein Grund. Also, wieso laufen die alle an mir vorbei? Kann mich vielleicht auch mal einer schlagen? Ja, der Polizist macht das. Ach komm, hau ab! Ah, Gwen, sie hat dich befreit, hä? Ich brauch das Geißer. Leute, Leute, alle jetzt nicht bewegen, nicht bewegen! Nefi, komm doch hier rein! Ah! Nein, shit! Mist! Schnell, block ihn! Ja, ich bin komm! Leute, komm hierher, blocken wir ihn! Ah, Mist! Du bist irgendwie runterkommen wieder. Wer ist denn der Cockblock? Ah, Karabai! Los! Cockblock! Ich hab dich voll ins Gesicht getroffen! Gimmicks! Oh nein, die hat mich liegen lassen! Oh nein, das ist ne Sackgasse! Oh nein, das ist ne Sackgasse! Versteck dich doch nicht! Boah, ey, unglaublich! Hinter am Schrank hab ich's genau gesehen! Versteck die sich einfach, ey! Man kann sie nicht befreien! Komm her! Komm her! Nein, Schritt, komm her! Nein, Schritt, komm her! Stopp! Boah! Ich bin voll hoch um die Sofa! Um die Sofa! Oh, Horchi! Bleib doch stehen, ey! Mit dem Auto kann man voll backen! Komm her! Horchi, komm her! Oh! 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 Ich geh mal los, Granz! Wenn sich's lohnt, geh mal los! Wann geh mal befreien? Wann geh mal befreien? So, sollen wir? Ja, wenn ihr euch nicht irgendwo dahinten versteckt, wo man nicht drankommt, um euch zu befreien, kann man das machen! Horchi! Run! Okay, go! Go, Nitsi! Nyaaaah! Nitsi, go! Nyaaaah! Nitsi, go! Ich kam nicht weit! Was ist das denn? Ach, das Kellergewölbe! Ohne Keller, hat er gesagt! Ja, ja, genau! Horchi! Horchi! Nitsi, hauen sie nicht? Nein! Hört ihr mal auf, wenn ihr euch zu befragen, ey! Serious? Die lernt es auch nicht! Horro, passt doch mal auf hier! Die hauen alle ab! Die hauen noch ab, ey! Die rennen einfach weg! Hallo! Hupuk! Hallo! Oh! 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 Ich befreie euch gleich! Ich bin da wieder weg! Kommst du dich, kommst du Leute! Oh! 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 Wo warst du da, Lu? Ich bin im Knast schon! Voll geil! Ich hab mich immer hinter dem Fernseher versteckt! Ja, wichtig! Und da konnte man dich nicht mehr befreien! Ne, ich war ja selber noch nicht gefangen! Los, schnell der Knast! Ich hab ja von da aus alle befreit! Wer ist mein Chef? Horschi! 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 Wo bleibst du? Wer ist mein Vorgesetzter? Horschi! 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 Ich hol dich aus! Ich hab ihn wieder! Vielleicht bei, oder? Hu! Hu! Nein! 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 Okay, aber Shiger noch nicht. Ah, wer hat mich denn da jetzt gefunden, ey? Ich schleiche mich an, Leute. Verratet nix. Gibt's doch nicht. Mach die denn hier. Er hat mich noch nicht, doch er hat mich gefunden. Ich sitze auch nicht entfassiert. Komm, Hilfe, komm, Hilfe. Wo ist das? Schön aufpassen, euch. Links, 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 links. Kapuze, Sachmusik. Komm da, oh, wir waren da. Ich war da, war nicht lange. Bier, schnell! Oh, leg wohl. Mach's gut, euch. Ich bin jetzt nicht gemischt. Ich bin jetzt nicht gemischt. Ich bin jetzt nicht gemischt. Was hat der da? Nein! Nein, Hilfe! Ich hasse es, ey. Bleib hier, Horchi. Haben wir alle? Nein, einen hab ich hier noch. Einen seh ich. Wie der Weg von irgendwem blockiert, mit dem Ding mal gefasst, ey. Ja, so. Ey, ich komme nicht im Jail ab und runter. Ich bin da da. Ey, oh, da hab ich ihn, ey. Ich sollte Cock werden, ey. Wenn ich wohne, dann gehen wir mal irgendwie immer. Ich hab so viele befreit vorher, ey. Ah, ey, mich nicht, ey, mich nicht. Ich bin erwornt, ich bin erwornt. Alles klar, ich bin poli- Oh, nee. Ich bin police. Hallo, Goro Boy, wie geht's dir? Ach so, okay. Fangt an! Nicht mich, nein, nicht mich! Nein! Der ging mir eben schon auf den Sack. Hilfe! 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 Nein, das ist meins! Das ist meins! Oh, schade! Ach, dann geh halt rein! Auf die Kamera gar nichttoi! Polizei, Goro Boy! Polizeigewalt, Dibias! Was ist da los?! Abschied raus! Was bucketist denn das, ey? Hat mir jemand ein Eindruck, ich brauche auch was kühles zu trinken. Oh, 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 oh. Hallo? Oh, 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 oh. Bleibst du da, Goro? Ja, Alter. Bist du öfter hier? Hast du ne ganze Flüchtlinge? Lauft, Leute, lauft alle! Oh Gott, hab ich mich erschrocken, ne. Gorobei ehrt mich noch nicht, Gorobei hat mich noch nicht angegeben. Oh Gott. Was soll das kommen? Ich befreibe mich jetzt. Oh, lau, lau, lau. Ja, du bist doch mal auf mich draufklappen. Ich fahre jetzt mit dem Fahrschuh runter. Nee, die stuck ist. Na, 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 rechts. Jawoll! Geile Chance hier draußen. Zu viele Cops für zu enge Gänge. Das waren zwei. Zwei Cops. Zwei Cops nur. Das ist gerecht. Einmal nur viel zu viel. Wer ist der Warden, wer ist der Warden? Oh, ich bin Warden, ich bin Warden. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Du musst den Knast setzen. Er hat den Knast, Nancy. Er hat den Knast. Hier kannst du den Knast nur so gut setzen immer. Au, 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 au. Oh, 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 ist unschlick unschlick. Du musst ihn halt mal stehen. Hallo, Knast gesetzt. Na, 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 na. Die kommen. What the fuck. Versteck mich. Du hoch, falsche Richtung. Ich bin das, Nightshake. Der Knast ist aber kacke. Der Knast ist aber kacke. Ist mir egal, der Knast ist der Knast. Nein! Wo ist der? Nein, nein! Wo ist der Knast? Wo ist hier? Oben, bei Dalu. Zwei Leute sind bei mir. Der Knast ist frei! Der Knast ist frei! Schnell! Hä? Hier ist der Geheimdienst. Hier ist der Keller. Ich bin frei, Leute. Ich bin frei. Geht zum Knast. Dann geht zum Knast. Blauer, in dem blauen Teppichgang. Lauf, Doro. Blauer Teppichgang. Hier ist blauer Teppichgang. Achso, Chico ist schon. Mein Gott, ist okay. Oh, 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 Nefi, 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 Nefi. Oh, 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 oh. Keiner bewacht den Knast. Kapuze. Hier lang und dann hoch. Das war alles nur ein Missverständnis. Ich gehöre nicht in den Knast. Hey, wo sind wir hier? Ich kann hier nicht lang gehen. Jetzt, Chico, komm hier hin. Komm hier. Achso, dann ist da das Jail. Ja, dann stell dich davor. Oh, nein. Hier bin ich. Ich bin grad das Jail selber nicht. Lauf, lauf, lauf. Ich hänge in euch. Wie war das mit den Gängen? Hinter dir, hinter dir. Oh, tschüss. Hey. Oh, Chico, lauf. Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Ah, Dallo. Hoshi, lauf. Ja, ich kann nicht hoch, weil es will. Ah, Chico, du bist schon lange. Ja, ich kann mich nicht bewegen. Leute, schlag mich frei hier. Night Shades. Komm, lauf. Night Shades. Nooo. Komm, Kranz, du noci. Ich will doch. Ich bin. End. Ich bin wieder da. Dankeschön. Dankeschön. Sehr schön. Hi, Chico. Wie geil. Komm, steig in mein Auto ein. Ah, verdammt. Ich hab Chico gehauen zwischendurch. Ah. Ah, Chico. Danke. Ja, sauber. Ich hab die Tür trotzdem gemacht. Chico, komm her. Juhu. Hallo, wer ist denn hier? Wieso ist denn hier keiner am Knall? Ja, ich bin im Knast, Freunde. Horshi. Wuuu. Schnell die Tür zu machen, geht uns. Wuuu. Ah, ich bin in jail. Ah, ich kann keine drei Seiten schützen. Jawoll. Das ist alles. Alles safe. Alles safe. Letzte Runde. Yes. Gutes Spiel, Leute. Gut. Ja, das war... Drei Seiten, Leute, gut. Drei Seiten schützen war echt schwer jetzt, ey. Horshi und Gucki. Ja. Der Knast steht. Knast steht. Ah, nein. Ich werd gejelt hier im Essen. Ey, hallo, Krabs, ich seh dich da. Hallo, Nancy, was machst du da? Ah. Hier schweig mich noch, Chico. Ja, ja, ja. Oh, Chico. Was wirst du da? Na? Hallo, ich bin sowas von in jail. Polizeigewalt. Hallo. Chico, du bewachst das, okay? Ja, ich bewach. Ja, ich bewach das. Chico, hier, guck mal, ich hab was für dich. Chico, bewach. Nimm das. Alles. Chico, Aftermath. Wo ist das jail? Hol das Statürchen. Ich hab's, die Leute. Wo ist der Knast? Oh, da. Chico, er kann nix machen. Ich block die Tür. Mach auf. Was? Hier gibt's der Tür? Ja, dankeschön. Oh, scheiße. Digo, Chico. Hallo, Laufen, Laufen. Laufen, Laufen. Laufen, kurz, Laufen. Ich bin jailed, ich bin jailed. Ich geh zurück. Ach so, echt? Wie kann man sagen, dass du draußen bist? Das ist ein Bug. Teleport Bug. Ich bin am jailed. Ich bin gejailed. Kann ich nicht. Ich bin gejailed. Ich muss hier hin. Es ist ein Bug, das stimmt. Lauf mich hier. Lauf mich, Chico. Komm mal hinten da, du. Ich bin gejailed. Bist du frei? Ich bin frei, ja. So, durch die Tür kommt keiner. Ja, bewach, bewach Shady. Du aber auch nicht mehr. Ihr könnt von der anderen Seite kommen. Probieren. Okay. Hast du das gesehen? Ihr könnt von der anderen Seite kommen. Hat der denn im Knast mal das gesehen? Lass mich raus. Nightshade, hast es jetzt langsam. Jaja, läuft, läuft, läuft. Hallo, Nightshade. Alter, ununterbrochen. Nightshade, lieber nicht. Nightshade. Klapschbar. Lock ihn, Horki, lock ihn. Nightshade, du musst Horki noch fangen. Der ist da hinter dir. Bock, 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 bock. Nightshade, hol dir Horki. Freiheit für Tibet. Hier ist Horki. Komm mal hier durch. Freiheit für Tibet. Ja, dann hol ich jetzt mal meine Crowbar raus. Ja, mach uns erstmal alle frei, denn. Da, die Crowbar. Chico, lauf, Chico, lauf. Lauf, lauf, Chico. Ich kann nicht. Shit, geh zurück. Da rasten die Cops aus. Nightshade, geht's dir irgendwie nicht gut? Kopf aus, Kopf aus. Darf er doch. Ne, ist aber sau nervig. Oh, ich bin frei. Wuhu. Ich bin wirklich frei. Jetzt hat er mich hinter mich festgebuckt. Los, lauft alle. Lauft, lauft, lauft. Ich hab euch alle bis rein. Jetzt kannst du laufen. Wuhu. Wuhu. Komm noch einer her. Ich blockiere die Cops. Ich blockiere sie. Ich übersteh' doch mal. Blockiert die Cops. Blockiert sie. Wuhu. Türst du? Ah. Kranz, ich bin frei. Ich bin chill. Aber hier, nimm sie es nicht frei. Doch, jetzt. Ach komm, ey. Jetzt schon. Da werden alle abgefiffen. Nein. Nein. Sie bist gerade zum Runner geschlagen worden. Das war noch gar nicht erkenntlich. Bis dahauen, ey. Hallo, Nightshade. Bin ich Runner? Dalu. Ja. 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 Ich saß jetzt hinter der Tür. Ich weiß. Mach's gut, Leute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.